Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video geht es mal wieder um den Amazon Echo. Genauer gesagt geht es um ein Skill, was vieles vieles im Alltag erleichtern soll, nämlich es geht darum, wie man sein Router, sein WLAN-Netzwerk und so weiter per Sprachbefehl steuern kann, die Einstellungen abfragen kann, ändern kann und so weiter. All das wollen wir uns jetzt gleich einmal anschauen. Wie immer an dieser Stelle die Bitte an euch, falls ihr mich hier auf YouTube noch nicht abonniert habt, lasst ein Abo da. Es gibt mehrfach die Woche alle News aus der Technik und Smart Home Branche zusammengefasst für euch, Reviews und so weiter, von den neuesten Trends natürlich auch, wie ihr das von mir gewohnt seid, mehrfach die Woche als Video. Ja, es ist ein großes Thema, wirklich Fernsteuerung eines Routers. Viele, viele haben mich das gefragt, insbesondere nachdem ich letztens noch das Orbi System von Netgear vorgestellt habe. Für alle, die es noch nicht gesehen haben, guckt euch das Video auf jeden Fall an. Super, super interessantes WLAN-System, was da seit kurzem von Netgear auf den Markt geworfen wurde. Es ist wirklich eine Verknüpfung, die Netgear-Router, beziehungsweise alle Besitzer von Netgear-Routern um einiges erleichtern kann. Bisher war es ja möglich, sage ich mal, die Router-Einstellung wirklich ganz normal durch eine App oder auch durch den Internetbrowser vorzunehmen. Es war immer so ein bisschen kompliziert, man musste sich einloggen, man musste verschiedene Parameter dann freischalten. Also alles wirklich extrem zeitintensiv. Jetzt hat sich der erste Router-Hersteller oder der erste, sage ich mal, Hersteller auf diesem Markt getraut und hat gesagt, okay, wir gehen mit dem Trend, wir machen das jetzt dementsprechend so, dass man ganz einfach hier diese Einstellung per Sprachbefehl ändern kann und das ist Netgear. Netgear hat das natürlich mit dem neuen Orbi-System gemacht, allerdings auch mit teilweise bestehenden WLAN-Routern ist es möglich, jetzt mit Hilfe von Alexa Einstellungen zu ändern. Dazu müsst ihr euch einfach nur im Prinzip registrieren. Ihr habt ja eure Nutzerdaten, wenn ihr schon mal einen Router eingerichtet habt, dementsprechend hinterlegt oder wenn ihr das Orbi-System eingerichtet habt, dann habt ihr dementsprechend natürlich euch die App runtergeladen und da dementsprechend ein Passwort und einen Nutzernamen vergeben. All das braucht ihr im Prinzip, um euch dann mit dem Amazon Echo Netgear-Skill einmal einzuloggen in der App. Dann seid ihr im Prinzip schon verknüpft. Ihr werdet noch gebeten, euch einmal die Netgear-Genie-App runterzuladen. Dort müsst ihr einfach nur den Fernsteuerungszugriff freischalten und dann kann es auch schon losgehen. Netgear-Verspricht dann, dass man zum Beispiel den Router neu starten kann, mithilfe von dem Amazon Echo. Dementsprechend kann man natürlich das Ganze super, super einfach verwenden. Was man dann natürlich beachten muss, ist, wenn man den Router neu startet, funktioniert das Amazon Echo auch erstmal einen Moment nicht, aber es kann durchaus nützlich sein, falls es Probleme gibt mit einem Router, dass man es so regelt, solange das natürlich mit Amazon Echo noch funktioniert. Ansonsten grenzwertige Situationen. Viel besser sind dann die Funktionen, einmal die WLAN-Einstellungen abzurufen und dann dementsprechend auch ein Gastnetzwerk freizuschalten, weil das waren bisher immer so Sachen, ja man hatte immer so ein Gastnetzwerk nebenher laufen. Hier kann man es wirklich nur dann freischalten, wenn man es braucht und so natürlich dementsprechend viel mehr Potenzial auch nutzen. Wie das Ganze funktioniert, wenn man alles verknüpft hat, was eine sehr, sehr schnelle Geschichte ist. Bei mir hat es in etwa 10 Minuten gedauert. Das zeige ich euch jetzt einmal und dann schauen wir uns doch mal an, was noch so alles möglich ist. Alexa, starte Netgear. Willkommen. Netgear Skill hilft Ihnen bei der Konfiguration Ihres Netgear-Routers oder auch WLAN-Systems. Hier sind einige der Befehle, die Sie geben können. Aktiviere das Gastnetzwerk. Starte den Router neu. Wie lauten meine WLAN-Einstellungen? Sagen Sie schließen, um die Sitzung zu schließen. Was kann ich für Sie tun? Ja, ihr seht, es ist wirklich ein ultra breites Spektrum an Möglichkeiten, die man dann hat. Es ist super, super gut. Vor allen Dingen funktioniert es absolut flüssig, wie wir das kennen. Die App ist aktuell auch, beziehungsweise der Skill ist aktuell sehr, sehr gut auch bewertet. Vollkommen zu Recht. Meiner Meinung nach sehr überschaubar. Wirklich eine sehr gute Verknüpfung und für jeden, der ein bestehendes Orbi-System oder einen Netgear-Router derzeit verwendet. Absolut empfehlenswert. Ich werde mich natürlich weiterhin informieren und hoffe, es gibt auch Lösungen für andere Routerhersteller. Viele von euch haben mich auch gefragt nach Bestandssystem, nach der Telekom beispielsweise, nach Unity Media. Die schicken ja immer ihre Standard-Router mit. Sobald es da etwas Neues gibt, sobald es da irgendeine Möglichkeit gibt, das Ganze fernzusteuern und via Sprache werde ich euch natürlich dementsprechend, wie ihr das von mir kennt, direkt auch ein Video zu diesem Thema präsentieren. Ja, und bis dahin bin ich gespannt, was ihr zu dem Thema sagt. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, was ihr von diesem Skill haltet. Wenn ihr Fragen, wenn ihr Wünsche, wenn ihr Anregungen habt zu den Videos, auch das bitte alles als Kommentar einmal unter dieses Video posten. Dementsprechend, wie ihr das von mir kennt, gehe ich einmal auf alle eure Kommentare ein und werde dann gegebenenfalls zu dem einen oder anderen Kommentar noch ein extra Video posten, in dem ich euch dann eure Frage einmal erkläre. Bis dahin hoffe ich, es hat euch gefallen. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da mehrfach die Woche. Alle News aus der Smart Home und Technik-Branche von mir, alle Reviews und so weiter auch zu euren Fragen natürlich dementsprechend. In den nächsten Videos geht es weiter mit Konrad Connect. Wir werden wieder verschiedene Smart Home-Geräte miteinander intelligent verknüpfen. Wir werden die Formeln von Konrad Connect verwenden, sodass man sich das ein oder andere Smart Home-Gerät vielleicht auch sparen kann in der Anschaffung und dementsprechend intelligent auch wirklich super Systeme auf die Beine stellen kann. Und dann gibt es noch vieles, vieles mehr diese Woche. Ich freue mich drauf. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dahin wünsche ich euch viel, viel Spaß mit der Technik und freue mich auf das nächste Video mit euch. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Video. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020